Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge 22. Wir sind bei der Folge 71, Melissa ist in Hamburg. Uh, und es scheint die Sonne. Das ist die einzige und letzte und erste Woche in diesem Jahr, dass eine Woche am Stück die Sonne scheint. Also alle, die aus Hamburg kommen, genießt es. Genießt es. Wir haben den 23. Juni. Die Folge kommt übermorgen raus. Wir sind quasi live. Weißt du, warum man Juni sagt? Ja, weil man, genauso wie wenn man Juli sagt. Ja, genau. Ja, damit man das unterscheiden kann. Voll. Macht auch voll Sinn. Ich habe neulich wieder gedacht, dass die auch noch die beiden Monate, die so gleich klingen, hintereinander gesetzt haben. Wer war das bloß? Wer war das bloß? Den muss man zur Rechenschaft ziehen. Ja, wirklich. Also würde man sagen, der Juli ist quasi der Dezember, dann hätte es wenigstens eine zeitliche Differenz. Weißt du, was auch witzig ist? Ich war jetzt essen und momentan haben ja alle Restaurants, die Speisekarten oder viele Restaurants auch online abrufbar beziehungsweise mit einem QR-Code. Und ich habe wirklich auch erst vor wenigen Monaten im Prinzip erfahren, oder lass es ein bisschen länger sein, dass man ja einfach nur die Kamera öffnen muss. Oh mein Gott. Ja. Ich habe, nein, okay, erzähl. Genau. Und ich war mit meiner Mutter in so Restaurants. Sie war auch so, wow, ich wusste nicht, dass das so geht. Und jetzt gestern war ich auch mit meiner Freundin was essen. Und sie so, ey, ich dachte halt wirklich immer, man braucht eine App. Diese QR-Code-App. Und jetzt kommt meine Erfahrung, die genauso ist, wo ich es auch jahrelang nicht gecheckt habe. Und jetzt ist, glaube ich, meine ich zu erinnern, du hast früher eine App gebraucht. Ja, oder? Man hat früher eine App gebraucht. Und inzwischen geht es, wie auch immer, das ist für mich ja... Ja, wie Gesichtserkennung. Wir sind ja in so einer fortgeschrittenen Technik für uns, also aktuell, dass man viele Sachen ja für granted nimmt. Aber das mit dem QR-Code finde ich so krass, weil es sieht halt aus wie, du machst irgendwo was hin und auf einmal erscheint eine Website. Ja, aber dann genau das Gleiche fängt es ja an schon beim Kassieren und beim Barcode, wo man einfach sagt, wie kann so ein Oldschool-Scanner, wo rotes Licht rauskommt, ein Laserstrahl, wie hält man den auf einen Strichcode und dann wird man in die Datenbank geleitet. Das ist doch genauso, wie man es eigentlich... Und wenn man es genau nimmt, es ist so krass, ich rufe jemanden an, selbst mit so Oldschool-Telefonen. Und man hört die Stimme. Telefon? Ich verstehe es nicht. Telefonie verstehe ich bis heute nicht. Ich verstehe es nicht. Da ist sogar Internet realistischer. Ja, genau. So Telefon. Ich verstehe es nicht. So, ich rufe jetzt in Nürnberg an, ich rede mit meiner Oma aus Nürnberg. Genau, die ein 50 Jahre altes Telefon hat. Ja, krasseste Technik. USA. Kann man jemand, also kann man das in leicht erklären? Also so, weil damals hat man ja, kennt ihr noch diese zwei... Na klar. Die meinst du mit dem Seil verbunden? Ja, genau. Und was war das Ding? Dass das über das Seil gekommen ist? Ja, die Schallwellen werden irgendwie transportiert. Ja, ist tatsächlich so, dass ich das über das Seil im Prinzip... Wo man einfach sagen muss, das ist doch... Es wird ja nicht mal abgespeichert voll, wisst ihr? Weil ich meine, es ist dann nicht mal zeitversetzt, 5 Sekunden, sondern es ist so... Es ist live. Es ist live. Genauso wie jetzt auch. Also gut, da denke ich halt immer noch, okay, da ist irgendwo ein kleiner freier Speicher, der gerade meine Stimme aufnimmt. Weißt du so, aber... Ja, keine Ahnung. Ich finde es eigentlich so krass. Auch Airdrop übrigens. Ja, genau so. Airdrop. Du machst so, du hältst zwei Handys aneinander, machst Airdrop an und dann sind die Bilder... Also vor 10 Jahren hätten nicht... Oder 15 Jahren hätten einen Leute ja noch angeguckt. Ich meine, aus der Perspektive unserer Eltern, es sind jetzt nicht die fliegenden Autos gekommen, so, aber es hat sich in anderen Bereichen schon echt viel getan. Voll. Also wie gesagt, so QR-Code, auch damals Telefonie. Das ist... Ich bin nochmal... Ich denke oft so, man hat halt immer... Und ich glaube, das ging... Obwohl, ich weiß nicht, wenn die damals auf die 2000er Jahre geguckt haben mit den fliegenden Autos, ich zumindest für jetzt unsere Generation, könnte mir nicht jetzt noch die krasse Future-Sache vorstellen für so in 40 Jahren. Wenn wir so weit kommen, hoffentlich. Also weißt du, was ich meine? Ja. Ich glaube schon dieses, was ich schon wahnsinnig fände, wenn sie das wirklich alles dann auch so programmiert bekommen, könnte ich mir schon vorstellen, dass wirklich die Autos irgendwann von alleine fahren in einem System, wo man selber nicht mehr agieren kann oder soll und dadurch es auch relativ safe ist, in Anführungsstrichen. sowas könnte ich mir vorstellen. Natürlich alles in der Luft oder so nicht. Aber so das ist schon so... Naja, irgendwie... Es gibt es das ja. Also es gibt es ja schon. Es gibt ja schon im Silicon Valley die ganzen Autos, die da fahren und dann sind doch irgendwie mal ab und zu Unfälle. Ist halt die Frage, braucht man das? Ist es wirklich so, dass man... Nein, nein, aber darum geht es hier schon lange nicht mehr. Also was braucht man? Nee, aber es gibt ja schon selbstfahrende Autos. Ja, ja, aber ich meine so, dass nur noch so die Stadt Hamburg zum Beispiel funktioniert. Genau, aber ich glaube, so das Interesse ist einfach noch nicht da. Sonst würde ja jeder sagen, ich will jetzt ein selbstfahrendes Auto oder wir müssen das... Weißt du, wie ich meine? Es ist irgendwie so... Ja, es müssen dann alle mitspielen quasi. Genau, und ich weiß nicht... Und das kann wirklich sein, dass es nie der Fall sein wird, weil jeder irgendwie denkt, das ist das Letzte, was ich gerade haben will. Okay, dann Frage an Melissa. Bist du selbstfahrend? Nein. Welcher technischer Fortschritt wird uns in etwa 30 bis 40 Jahren Deutschland erreichen? Das war nicht die Frage, die du dir vorher gestellt hast. Ich möchte die Frage, die du dir überlegt hast vorher. Die Frage, die ich mir überlegt habe, war... Das ist wieder konservativ. Welcher Tipp in deinem Leben ist der beste Tipp, den du je erhalten hast? Oh Mann, genauso schwer. Das Ding ist, ich habe gerade die erste Frage nicht beantworten wollen, weil ich gerade überlegt habe, was jetzt so in den letzten Jahren mich technisch voll gehoben hat und mir ist gerade nichts eingefallen. Aber das liegt wirklich nur daran, dass ich ein Gedächtnis habe wie ein Sieb, weil es gibt natürlich voll coole Sachen, wo ich denke... Warte, warte, wir sind jetzt aber bei der zweiten Frage. Und die zweite Frage... Boah, das ist ja das... Ja, du kannst überlegen. Überleg du doch. Ich finde, jetzt mal zurückgestellt, dich jetzt... Hast du was auf Anhieb? Ich brauche jetzt locker die ganze Podcast-Folge, um darüber nachzudenken. Und da kann ich nicht beides machen. Also ich müsste jetzt entweder überlegen oder reden. Ich überlege gerade. Also ich... Also bei mir ist es schon so, ich habe jetzt keinen Satz und das ist jetzt nicht so, dass ich so eine Paradebeispiel, wo ich das jetzt, wie gesagt, Wort für Wort wiedergeben könnte. Aber ich würde schon so das, was ich von meinen Eltern mitbekommen habe, dieses ganz klassische, wo sich eine Tür schließt, öffnet sich auch wieder eine und das Leben geht immer irgendwie weiter und ja, egal wie die Situation ist, man muss nicht verzweifeln, solange es einem gesundheitlich gut geht. Das genau und es klingt so dumm, aber dieses Everything happens for a reason, wie wir jetzt sagten, das ist auf Deutsch dann jetzt. Also alles passiert aus einem bestimmten Grund. Und es ist alles ein Puzzle, was man dann rückblickend im Prinzip, was sich dann auch fügt, das stimmt schon. Und das irgendwie... Meine Mutter hat immer gesagt, damit ich... Also Lügen war bei uns sowieso immer voll das Ding. Ich durfte wirklich... Also das war das Schlimmste. Lügen war das Schlimmste. Aber dieses... Erstmal für jedes Problem gibt es eine Lösung. Das hat sie mir immer gesagt. Das ist ja ähnlich zu dem. Genau, einfach nur damit ich auch nicht auf die Idee komme, wenn ich ein Problem hatte, das irgendwie gefühlt nicht... Das ist auch, glaube ich, das Ziel, dass man als Elternteil... Hat man ja auch oft die Aufgabe, einen dann diesen Druck, in Anführungsstrichen, auch irgendwie zu nehmen vom Leben. Ja. So dieses, es gibt nicht nur diesen einen erfolgreichen Weg. Genau. Sondern wenn was nicht klappt, klappt was anderes. Genau. Und dass irgendwie doch am Ende doch alles gut wird, sozusagen. Achso, das ist dasselbe, was ich habe, Alter, auch. Deine Mutter... Du hast gerade... Was? Hast du gerade gesagt, am Ende wird alles gut? Und wenn es nicht gut ist, dann ist es nicht das Ende? Ich habe schon... Du hast doch was ganz... Ich kann das gerne gleich zurückspulen. Sag mal so, meins war jetzt nicht weit weg von dem... Ja, dann haben uns unsere Eltern halt das Gleiche. Was denkst du denn, warum wir sonst verheiratet sind bald? Weil sie uns das Gleiche beigebracht haben und die gleichen Werte vermittelt haben. Ich habe darüber neulich mit einem Freund geredet, wie... Also jetzt wieder, wie absurd es doch aber ist, dass wenn man ein, zwei... Wenn man einen Abend nicht auf eine Party gegangen ist, wenn ein Freund einem nicht ein Profil gezeigt hätte, dass man eine Person eventuell niemals kennengelernt hätte. Und jetzt aber, dass man sagt, wenn es... Dieses alles... Wenn es so sein soll... Ich habe jetzt so einen tollen Satz, den weiß ich jetzt auch nur leider auf Englisch. Aber jetzt kann ich doch nicht mal auf Englisch sagen. Was hat sie gesagt? Ich habe... Sorry, ich bin total vergesslich gerade. Ist nicht schlimm dann. Aber so nach dem Motto, when I don't get it, then it's not for me. Wenn ich das jetzt nicht bekomme, dann ist das auch nicht für mich. So ganz, ganz simpel. Dass man sich gar nicht irgendwie darüber aufregt, wenn Sachen nicht geklappt haben. Nee, nee, aber das ist... Dass man einfach sagt, dann ist es nicht für mich. Ja, was? Du bist jetzt schon wieder zurückgegangen. Ich weiß, egal. Was hast du gerade gesagt? Es ist ja viel absurder, wenn man sich mal überlegt, dass man wirklich sagt... Ich weiß, aber die Hörer wissen es ja. Warum bist du so hektisch, Schatz? Du redest mir die ganze Zeit zwischen. Weil ich jetzt wieder weiß, was ich sagen wollte. Dann wollte ich sagen, meinst du nicht, dass wir uns auf eine andere Art und Weise kennengelernt hätten? Nein. Dann heißt es, dass du nicht an Schicksal glaubst und dass du nicht glaubst, dass ich die Frau bin, mit der du zusammen sein sollst. Also dieses alles passiert aus einem bestimmten Grund, so weit würde ich nicht gehen. Also ich denke... Ich war viel mehr in dem, jetzt für die Hörerinnen und Hörer, ich war viel mehr auf der Spur, dass man sagt, jetzt gar nicht auf irgendeine Lösung hinaus, sondern dass man sagt, wie absurd es ist. nur man braucht gar keine Erklärung, wie absurd es ist, dass man Dinge unternommen hat, dass einem Dinge gezeigt werden und man dadurch Personen kennenlernt, wo man sich eigentlich ziemlich sicher sein kann, die hätte man anders nicht kennengelernt. Schicksal hin oder her. Ich glaube zum Beispiel, dass du die Frau bist, die für mich in Anführungsstrichen bestimmt ist, mit der ich mein Leben verbringen will und ich liebe dich, aber ich wüsste jetzt nicht, wie wir uns sonst kennengelernt hätten und wie anders das Leben ja geworden wäre, wenn wir uns da nicht gekannt hätten oder wenn sich alle anderen nicht... Also hätte man eine andere Beziehung, wo wäre man im Leben? Das ist ja wie, wenn du nimmst, wirst du bei einem Job angenommen oder wirst du nicht bei einem Job angenommen? Ja, Entscheidungen bestimmen einfach dann langfristig doch echt viel. Das sage ich ja auch, weil gerade was so, wenn ich so, bei mir ist es ganz krass, wenn ich so beruflich nachdenke, dass ich sage, ey, es war eine Entscheidung und da war noch eine Entscheidung und noch eine Entscheidung und es ist einfach in eine komplett andere Richtung gegangen und es hätte nur eine Entscheidung gebraucht, ganz am Anfang und ich wäre so ungefähr für immer in Kassel geblieben zum Beispiel. Aber dann kommt wieder dieses Ding, man sieht sich immer zweimal im Leben und das hatte ich schon so oft und es gibt manche Menschen, die begegnen mir immer, immer wieder über Jahre und mit Abständen und deswegen, mich hätte das zum Beispiel auch nicht gewundert, wenn wir uns anders kennengelernt hätten, dann vielleicht zwei Jahre später und wir beide noch irgendwie andere Beziehungen hätten oder so was, also ich schließe das dann nicht aus, wenn wir jetzt sagen, okay, du hättest mich nicht angeschrieben, aber dann wärst du vielleicht noch mal vier, fünf Jahre mit jemandem zusammengekommen und vielleicht hätten wir uns dann mit 32, also 31, 32 kennengelernt. Ja, ich weiß. Aber dann gäbe es doch diesen Podcast nicht. Weißt du, wie ich meine? Das ist halt... Dann gäbe es zwei 30er. Ich denke auch nicht, es gäbe ja noch nicht mal zwei 20er oder Finding Melissa, hätte ich nicht vor zwei Jahren einen Job gewonnen, wo ich Social Media oder Moderation mache, sondern ich hätte wahrscheinlich, ich wäre mit meinem Bachelor fertig gewesen und er wäre wahrscheinlich... Aber das kannst du ja auf alles beziehen. Aber das meine ich ja... Also das können ja alle auf alles beziehen. Genau, aber das meine ich ja auch, dass man sagt, aber vielleicht wäre ich es trotzdem geworden. Also vielleicht hätte ich trotzdem weiter Instagram gemacht und es hätten andere Zufälle. Aber ja, voll. Und für einen selber ist es trotzdem sehr, sehr spannend, mal in so ungefähr Variante B, C, D weiterzudenken. Also was wäre ein anderer Schritt gewesen? Genau, aber bist du dann jemand, der dann sagt zum Beispiel, ich hätte das komplett anders gemacht? Oder bist du... Nein, 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 nein. Genau, und das meine ich halt, dass ich sage, okay, diese Entscheidung, hätte ich zum Beispiel damals nicht diesen Job bekommen, denke ich, aber es hätte trotzdem sein können, weil es vielleicht... Und das ist halt dieses Schicksalsgläubige, dass vielleicht doch meine Bestimmung ist, dass ich dann doch irgendwann einen Podcast gemacht hätte. Weißt du? Ich weiß, was du meinst. Verstehst du? Ja. Oh Mann. Doch. Ich weiß, was du meinst, aber ich bin da noch... Also ich denke dann lieber in Variation B, C. Also du denkst, da ist jetzt eine andere Melissa an deiner Seite mit einem... Aber du hättest einen Podcast mit dir. Die wäre wahrscheinlich 18, also hättet ihr euch zwei Zehner nennen müssen. Die wäre wirklich... Die wäre auf jeden Fall deutlich jünger als ich, ja. Ja, ne? Nein, Schatz. Weißt du, das Alter spielt keine Rolle bei mir. Ja. Guti, wir kommen... Machen wir Dinge aus dem Alltag oder switchen wir dann direkt ins Thema? Wollen wir das besprechen, kurz? das hier? Was ist unser Thema nochmal? Ich habe echt gerade ein Gedächtnis. Du bist ganz durcheinander. Aber du hast es heute schon die ganze Zeit gemerkt beim Essen. Du weißt, wir sind vom Thema nicht weit entfernt von dem, was wir gerade besprochen haben. Ich entscheide einfach. Wir gehen jetzt nämlich in unsere Werbung und da haben wir einen neuen Werbepartner und somit brauchen wir Melissa's Melodie. Der Sponsor der heutigen Folge ist die Technikerkrankenkasse. Und zwar hat die Technikerkrankenkasse bei der Melli übrigens versichert. Das ist mal ganz kurz am Rande. Hat sich ein... Es gibt einen Service und der ist relativ hilfreich. Es gibt nämlich eine App und die nennt sich... Das ist quasi der TK-Doc. So heißt auch die App, der Doktor. Und was gibt es da Besonderes? Dort gibt es eine sogenannte Online-Sprechstunde. Und wie es der Name schon sagt, könnt ihr dort online quasi eine Sprechstunde mit einem Arzt haben, der euch bei den verschiedensten Symptomen berät. Ich glaube, die machen irgendwie bis zu acht Krankheitsbilder und darunter jetzt auch noch die Corona-Symptome. Das heißt, sie sind wirklich gerade sehr nah am Zeitgeist und möchten vermeiden, dass man am Ende irgendwie im Wartezimmer sitzt, wo sowieso so viele kranke Menschen sind, die wahrscheinlich noch viel gefährdeter sind oder dass man einfach, sagt man, streut weiter diesen Virus. Und deswegen bieten sie das an, worauf wir natürlich aufmerksam machen wollen. Gerne aufmerksam machen wollen. Ihr könnt, es gibt die TK-App und es gibt aber, wie gesagt, diesen TK-Doc, was auch nochmal eine extra App ist. TK-Doc-App, ja. Genau. Und die könnt ihr euch downloaden im Play Store oder auch im App Store. Und wie gesagt, wenn ihr irgendwelche Symptome habt, euch nicht sicher seid, euch vielleicht auch nicht in die Praxis selbst begeben wollt, dann könnt ihr das darüber alles zu Hause machen lassen. Das ist, wie gesagt, für euch natürlich auch sicherer. Und ja, wir bedanken uns für den Sponsor. Für den neuen Partner, dass ihr an unserer Seite seid und uns vertraut und würde sagen, Werbung Ende. Hattest du eigentlich mal in der Zeit das Gefühl, dass du, würdest du sagen, du hattest Corona? Oh, das ist auch noch ein guter Punkt. Ich glaube, nein. Ich glaube, es hatten aber viel mehr Leute, als wir zum Beispiel dachten oder als die selber dachten. Also ich, die glauben ja, können wir das sagen? Ja. Ich glaube schon, du hattest das. Ich glaube, ich hatte das und ich hätte echt gerne jemanden an meiner Seite gehabt, online, den ich hätte anticken können. Ist das so? Ja, ist so. Ich war überall, aber nur nicht irgendwo, wo ich jemanden ansprechen konnte. Ich war nämlich im Ausland und so, in New York zum Beispiel, wo es mir so schlecht ging. Ja. Und nee, also ich, so viele Leute habe ich gar nicht in meinem Umfeld, die das hatten. Aber gut. Man weiß es ja nicht. Man weiß es nicht. Wer nicht testet, der weiß es auch nicht. Ich würde sagen, wir beginnen einfach mal mit dem Thema, oder? Wir beginnen mit dem Thema. Weil das jetzt gerade mit dem, bist du fertig mit Trinken, Schatz? Ja. Okay. So, weil das gerade sehr gut mit dem FAM und mit den Punkten zu tun hat, die wir gerade schon besprochen haben. Mir ist in letzter Zeit, wir besprechen heute mal, um es vorweg zu formulieren, ist man eigentlich irgendwann angekommen? Und ich glaube, wir kennen es so, dass wir aufwachsen. Viele, denke ich, auch sehr konservativ aufgewachsen. Wir alle in diesem Schulsystem. Irgendwann werden wir Arbeitnehmer sein. Wir werden unser Geld kriegen vom Arbeitgeber. Und ich sage mal, das ist ja der normale Weg, den viele sich wünschen oder den viele auch so vorgelebt bekommen. Und ich habe jetzt in den letzten Monaten von extremen Freundeskreis, oder ich würde eher sagen Bekanntenkreis, also jetzt nicht von meinen besten Freunden, ja, willst du was sagen, mitbekommen, dass man sagt, kommt irgendwann der Punkt von zufrieden sein und kommt dieser Punkt von angekommen sein. Weil gerade die Personen, die sich jetzt schon seit längerem im Job befinden, bei denen merke ich eigentlich, dass dieser Gedankengang gar nicht wirklich, die überschreiten keine Ziellinie. so wie man sich, man denkt so, man macht seine Schule, dann seine Ausbildung, dann so Job. Schule, Studium, Job. Und ich merke jetzt, ich bin selber nicht im Job, noch nicht, aber trotzdem habe ich bei allen das Gefühl, die im Job sind. Und auch da dieser Punkt Ehrgeiz. Ich habe das Gefühl, ich habe jetzt zwei, ein, zwei Bekannte, die jetzt dieses extrem Ehrgeizige, sag ich mal seit ungefähr einem Jahr runtergefahren haben und bei denen habe ich jetzt erst das Gefühl, dass sie, dass sie eigentlich glücklich werden. Also dieses, weißt du, was ich meine? Ich weiß voll, ich wollte dich jetzt erstmal ausreden lassen, also weil ich so konkret eigentlich mal wissen wollte, hattet ihr jetzt so gesprochen oder hattest du nur das Gefühl? Also da kam da jetzt so mäßig, keine Ahnung, ist das jetzt alles oder was? Nee, die haben mir das erzählt und ich habe dann irgendwann mit denen zusammen das quasi rekapituliert und habe gerade, weil es zwei Menschen sind, die beide sehr erfolgreich sind in dem, was sie machen, die beide sehr viel Geld verdienen und bei beiden hatte ich dann, ist es komisch, dass ich bei beiden den Eindruck hatte, du befindest dich vielleicht auch aufgrund deines Ehrgeizes noch so mittendrin, dass du gar nicht ankommen kannst, bist, weil du so gefangen bist in diesem Hamsterrad, was du dir, was du ja selber antreibst. So, wenn du selber dir natürlich immer höhere Ziele setzt, was glaube ich ja dann automatisch kommt, kann es vielleicht nie, nie ans Ziel kommen und dann, das hattest du mir auch mal gesagt, inwiefern dominiert dann einfach auch im Leben der Beruf? Genau, also für mich gibt es sozusagen zwei Punkte. der erste Punkt ist für mich, dass ein Leben überhaupt nicht so gemessen werden kann, dass es einen Start und ein Ende gibt. Also klar, es ist sozusagen, wenn man das ganz rational betrachtet, wahrscheinlich die Geburt und der Tod, aber im letzten, am Ende des Tages ist alles, was wir machen, ein Prozess für mich zum Beispiel. Also so stelle ich mir mein Leben vor, dass es ein durchgehender Prozess ist. Wir sind ja auch Menschen, die durchgängig, wir sind ja nicht jetzt ich und da passiert nichts mehr in meinem Körper, sondern es ist ja durchgängig, passiert irgendwas und man wird älter. Also so allein dieser Gedanke, wenn man sich das mal so verbildlicht, dass man einfach auch so eingeht, also man kriegt Falten, man wird einfach älter und sichtlich älter und ich glaube, das kann man auch eigentlich auf alles dann so projizieren, was man auch macht. Das heißt, du in dem, was du machst oder ich habe das nie so gesehen, dass ich irgendwo beginne und dann eine Leiter hochsteige und irgendwann die Glocke läuten kann, sondern dass alles, was ich mache, einfach das Leben gerade ist. Also ich weiß gar nicht, wie ich es sagen soll. Also ich habe es nie so gesehen, dass irgendwann der Punkt kommt, wo ich dann da sitze und sage so, jetzt habe ich alles erreicht oder so. Da war ich einfach noch nie, der da so geplant hat. und dann der zweite Punkt ist natürlich, welchen Raum nimmt dein Arbeitsleben und deine Karriere ein? Und was machst du, also ist dein Beruf das, damit du leben kannst oder lebst du, um zu arbeiten? Das hatte ich ja vorhin gesagt. Das finde ich so, also so richtig, dieses Sprichwort, das auch abgedroschen ist, aber wofür arbeitest du, wofür lebst du? Und ich habe das Gefühl, uns wurde so beigebracht oder bei vielen, die man jetzt so kennengelernt hat über die Jahre, für viele ist es so normal, dass in deren Kopf der Beruf alles ist. Ich glaube, das ist auch wirklich was Großstädtisches, um ehrlich zu sein. Das ist etwas, Hamburg hat viele Elite-Unis oder private Unis, hat viele erfolgreiche Menschen, hier ist unheimlich viel Geld, hier geht es unheimlich viel um Geld. Wenn du aufs Land gehst, sage ich dir ganz direkt, da ist das was ganz anderes. Da beginnt es, wann heiratest du? Wann hast du dein Haus? Wann ist dein Ausgang abgeschlossen? Aber soll es dann auch nicht so sein? Wie meinst du? Soll es nicht wie auf dem Land, ist es so eigentlich nicht ursprünglich gedacht? Ja, finde ich auch. Ja, ja. Also was ist, einmal dieses, es sind Leute, man muss sich das ja mal wirklich vorstellen, dass Leute werden nicht glücklich, obwohl ja alles gut ist. sie haben ja einen Job, sie verdienen ja Geld, die Grundvoraussetzungen sind ja da und trotzdem ist einer, so habe ich es jetzt kennengelernt, in unserer Generation, ist ja eine Art Unzufriedenheit da. Also dass dieser Punkt, ich will noch mehr oder ich bin damit nicht zufrieden und vielleicht wechsle ich nochmal meinen Job und ja dann auch oft die Fragen, die ja dann aufkommen, für was mache ich das eigentlich alles? Also ich muss wirklich sagen, ich bin jetzt hier neben, also Andi, ich kenne das nicht so, wie du das beschreibst und deswegen kann ich gerade wirklich auch nicht so viel dazu sagen, aber ich kann nur von meinem Empfinden, wie ich so Hamburg empfinde, wie ich, weil ich, wenn ich jetzt einfach dich frage, was, wie, wenn ihr so in der Oberstufe wart oder sowas, wie waren so die Vorstellungen von deinen Mitschülern? Waren das so Leute, die genau wussten, was sie machen und so einen Plan hatten oder war das eher so, mal schauen? Das war schon durchgeplant. Und guck und ich, genau, bei mir nicht, aber bei anderen. Nee, aber so und bei mir in der Schule war es komplett anders, wir sind alle so in dieses nach dem Abi und die meisten haben ihre Studiengänge gewechselt. Ich glaube wirklich, das hat was damit zu tun, wirklich wie dieser Raum hier ist, es ist auch einfach Hamburg, aber ich glaube... Und was halt auch, so wie ich das jetzt dann auch kennengelernt habe, dieser Punkt, was aber auch, ich will jetzt nicht sagen, so wir sind die Einzigen, die das ansprechen, aber wo auch jeder die letzten Jahre diesen Ehrgeiz immer predigt, also dass man sagt, ihr müsst ehrgeizig sein, ihr müsst etwas von eurem Leben wollen, sonst funktioniert es nicht und ihr werdet euren Ansprüchen sonst nicht gerecht. Also dass das einem ja auch, ich glaube nicht nur jetzt hier in Hamburg, sondern dass das einem allgemein ja auch mitgegeben wird, wie wichtig ist es, ehrgeizig zu sein in jedem Bewerbungsgespräch oder warum haben sie da eine Lücke im Lebenslauf? Also dass dieser Punkt kommt, wo man eigentlich ja jetzt sagen muss, aus den Erfahrungen, die ich dann jetzt hier gemacht habe, von Leuten, die, sag ich mal, in Anführungsstrichen erfolgreich sind, dass die ja jetzt umgekehrt sagen, ich habe meinen Ehrgeiz zurückgeschraubt, habe mich mal rausgesoomt, mein berühmtes Rauszoomen, kommt wieder ins Spiel und die sind jetzt erst an dem Punkt, wo sie sagen, okay, jetzt bin ich mal auf Pause lang, also jetzt ist es mal eine normale Geschwindigkeit wieder. Du rauschst sonst durch. Ich glaube, viele Menschen rauschen gerade durch und das ist, wenn du morgens in den Job gehst, abends zurück und das ist, es gibt dann nicht mehr dieses Privatleben, weißt du, und es gibt dann nur noch diesen Job und du kannst dann froh sein, wenn du noch ein paar nette Mitarbeiter hast und sonst ist aber, ich glaube leider, das hat viele, also ich weiß jetzt von ein paar Beispielen, aber es geht, glaube ich, vielen zu schnell gerade oder es ging viel zu schnell. Wenn du es selber irgendwann begreifst, kannst du da, glaube ich, selber einen Gang zurückschalten, aber ich glaube, es macht sehr viel aus mit... Es ist halt wie, also, und das ist halt jetzt nochmal das, was ich gerade gesagt habe, was erwartest du vom Leben? So... Ja, aber was wurde dir beigebracht? Genau, was... Ja, ja, klar, im Sinne von, was erwartest du? Schrägstrich, wie bist du groß geworden? Und auch, wie wird was kommuniziert? Was denkst du, was dein Ziel ist? Also deswegen, ich wurde ja auch schon mal in einem Podcast gefragt, hat deine Mutter nicht irgendwie mal gefragt, Mensch, Kind, mach du mal was Richtiges? So, weil wir dann auch über meine Laufbahn gesprochen haben und das hat mein, also, das habe ich nie gehört und ich glaube, wenn andere, ich kenne von mir viele Kollegen, die angefangen haben zu modeln, wo sie erst mal rechtfertigen mussten vor ihren Eltern, warum sie das machen und im Endeffekt doch ein Studium angefangen haben, weil es einfach anders gar nicht machbar gewesen wäre, weil die einfach gesagt haben, du musst doch etwas in den Händen haben. Deswegen, ich kenne das nicht so und ich glaube einfach, dass, ich wüsste gar nicht, wie ich es selber machen würde, als Mutter zum Beispiel, aber wahrscheinlich würde ich es so machen, wie ich das auch gelernt habe. Das ist auch sehr schwer. Es ist sehr spannend, finde ich, weil, ich glaube schon, dass du als Elternteil einen Unterschied erkennen kannst, ob jemand gewillt ist, zum Beispiel Verantwortung für sein Leben zu übernehmen oder aber nicht und ich glaube, dass, wenn man den Punkt hat, wo man jemanden vor sich stehen hat, der irgendwie nichts machen will, aber auch für nichts aufkommen will, dass da die Alarmglocken läuten sollten, aber ich finde, so einen Druck und dieses, man erwartet was von seinem Kind oder man ist nur stolz, dass, wenn es das mal oder wenn es das macht und wenn es diesen Abschluss hat und keine Pause hat und in der Regel Studienzeit ist und dann vielleicht noch sein, mit Bestnote abschließt. Und dann, genau, und dass das aber so kommuniziert wurde und auch von uns, nicht vorgelebt, aber von vielen, ein, zwei Generationen von uns, dass das natürlich sich selber auch irgendwann im Kopf verfestigt. also dass man glaube ich auch, ich glaube, ich meine, wir sind jetzt beide nicht so aufgewachsen oder haben das so für uns verinnerlicht, aber ich glaube, dass diese Leute ja auch irgendwann selber denken, okay, das ist der Weg für mich. Weißt du, und okay, ich mache das jetzt und dann stehe ich aber mit, oder mit Anfang 30 mitten im Leben und dann ist alles gut und dann ist eben jetzt nicht alles gut, weil im Endeffekt wurde sich, wurde ein großer Teil des Lebens, der nun mal auch das private Leben unabhängig vom Job sein sollte und das ist dann irgendwie, dass sich auf, für die, die wollen natürlich Partnerschaft und Familie auch irgendwie konzentriert werden muss oder dass da auch Energie reingesteckt werden muss und ich glaube, das ist bei vielen noch so, dass es so reingepflanzt wird, Ehrgeiz, das ist super, jeder von uns sollte ehrgeizig sein, um irgendwas in seinem Leben zu erreichen. Ohne Ehrgeiz kannst du nichts. Also ich bin jetzt gerade nicht sicher, ob das so viele von unseren Hörern zutrifft, ehrlich jetzt, also ist auch gar nicht schlimm, wir können da ja wirklich auch mal eure Einschätzung einfach sehen, weil wir haben ja jetzt auch viele Hörer aus Großstädten, aber auch viele Hörer aus kleineren Städten, weil klar, in Berlin und so, ich kenne so viele Leute, die so ihre Firmen aufgebaut haben und sowas, wo ich sage, es wird niemand aus meinem Jahrgang so, ich weiß keinen, der irgendwie so dieses Engagement hatte, irgendwie Firmen oder sowas aufzubauen. Also das ist einfach wirklich noch mal was anderes und bei mir ist es auch so, ich bin, ich habe gerade überlegt, ob wer von unserer Familie einen akademischen Abschluss hat. Also ich weiß es, ich müsste jetzt wirklich überlegen und das ist natürlich was anderes, wenn zum Beispiel jetzt die zweite Generation, meine Oma ist ja als Gastarbeiterin gekommen, das ist ja noch mal was ganz anderes. Okay, dann springen wir jetzt mal insoweit, dass ich sage, die Konversationen in den letzten Monaten sind immer so entstanden, dass wir sagen, wie finden wir gerade jetzt in der Situation unser ultimatives Glück? Was könnte jetzt noch besser laufen? Für mich ist das nichts. Ich bin voll, wenn mich jemand fragt, ich bin gerade voll glücklich. Okay, unabhängig von dir, dann in deinem Bekannten- und Freundeskreis. Siehst du nicht auch Leute, die eigentlich mit den Situationen, in die sie sich selber gebracht haben, gar nicht zufrieden sind? Oder Sachen in Frage stellen? In Frage stellen schon, aber die sind alle und das weiß ich, nicht so Ehrgeiz getrieben und Karriere getrieben, wie es vielleicht, wie ich hier Leute kennenlernen, also hier im Sinne von Hamburg, Berlin und das ist nochmal ein ganz anderer Schnack und da muss ich aber sagen und von den Leuten kommt es wirklich eher, dass die sagen, sie sind persönlich nicht glücklich und, aber ich, ich umgebe, also nicht, weil ich der sage, ich bin, aber das hat einfach das Leben nicht hergegeben. Ich habe immer mit Leuten zu tun, die auch sehr frei, also frei gelebt haben, Freigeister waren, die Risiken eingegangen sind, die nicht nach den normalen Normen gelebt haben, weil ich es selber ja auch nicht gemacht habe. Ich habe immer noch keinen Abschluss und es ist für mich kein, für mich, und das wusste ich ja von Anfang an, ist es einfach nicht das Glück, was ich in mir empfinde, wenn ich einen geraden, schulischen, beruflichen Weg einschneide. In Anführungsstrichen, also der als gerade gesehen wird. Ja, ja, voll. Ja und bei uns hat, oder bei den Leuten, mit denen ich dann, also ich bin ähnlich, ich bin so wie du, aber natürlich hat sich bei mir oder in meinem Bekanntenkreis haben sich diese Gespräche nämlich genau dahingehend verändert. Dass man sagt, vor zehn Jahren ging es um Jobs und ging es um, wo ist man dann und dann und wie sieht es mit Gehalt dann und dann aus und da ging es wenig um Familiegründen, da ging es wenig um, ich will eventuell mal mein Ziel oder mein Lebenstraum ist es dann irgendwo mal in einer schönen Wohnung oder mit meiner Familie ein Haus zu bauen außerhalb von haben, irgendwie so, sondern es war immer sehr ich bezogen, karrierebezogen und geldbezogen und jetzt ist es bei, wie gesagt, diesen zwei, drei Beispielen sehr, jetzt geht es dann doch um dieses, wie werde ich eigentlich so um es jetzt mal ganz plakativ zu sagen ey Florian, wie werde ich gerade ich werde nicht glücklich, ich bin nicht glücklich. So und ich glaube, das ist ganz spannend, wenn man mal dann diese Leben in Anführungsstrichen auf den Kopf stellt und analysiert oder was heißt analysiert, aber die selber dann für sich analysieren, dass man da einfach sagen muss, dass das und das soll jetzt hier keine Message sein für alle jungen Leute, die noch zur Schule gehen, macht bitte weiter. Aber nein, das ist es eben nicht, weißt du, also das ist es dann nicht. Für manche ist es das vielleicht, also jetzt, ich meine, das ist dieser gerade perfekte Weg. Irgendwann ist dieser perfekte Weg vielleicht perfekt für den Lebenslauf und perfekt für eventuell auch dein Konto, aber vielleicht nicht perfekt für dich. Wir haben ja schon mal darüber gesprochen, wie sehr uns vielleicht eine gewisse Norm oder eine gewisse Normalität in Karrierewegen oder sowas vielleicht auch unter Druck setzt und dass man das Gefühl hat, man muss irgendwie Sachen machen, weil sie der Gesellschaft entsprechen oder dem gesellschaftlichen Druck oder wie sagt man, also ein gewisses Bild erfüllen oder sowas. Ich glaube, was wir jetzt einfach nur damit sagen wollen, ist, dass am Ende für jetzt Leute, die auch Richtung 30 gehen und wir haben auch Hörer, die ein bisschen jünger sind, dass man anscheinend doch an den Punkt kommt, wo man sagt, war das jetzt eigentlich alles das wert oder und das kann ich bestätigen. Ich habe viele, die tatsächlich dann in der Rekordzeit, Akkordzeit, weiß ich gerade nicht, Rekordzeit, ihren Bachelor und ihren Master und also direkt auch nach dem Abi dann auf die Uni gegangen sind und sowas und eigentlich zwölf Jahre lang durchgelernt haben und dann in den Job kommen und einfach nur noch leer sind. Weil da, genau, aber nicht, dass man sagt, okay, man ist so erfolgreich, sondern dass man einfach sagt, ich brauche Luft zum Atmen und wieder mal auf Pause drücken und entschleunigen einfach. Genau und dass man einfach dann sagt, wo ist erstmal auch die Zeit hin? Welche Zeit hat man für sich genutzt? Hat man überhaupt Zeit für sich genutzt? Viele, die ja wirklich dann eine 50, 60 Stunden Woche haben, ich sage ja auch, oder, man hat, die haben ja gar keine Zeit, darüber nachzudenken. denen fällt sowas dann wirklich erstmal auf, wenn sie mal irgendwann Urlaub genommen haben so und aus dem, oder sagen wir mal, drei Tage so und sonntags um zwölf Uhr und du denken, warte mal, was ist das? Und jetzt vielleicht auch als so ein bisschen Abschluss, ich muss sagen, jetzt auch gerade, was diese Quarantänezeit angeht und wo wirklich auch viel einfach ruhiger war, für mich war es voll wichtig, jetzt auch einfach nur so businessbezogen, einfach zu lernen, wo meine Grenzen sind und wenn ich sage, dass ich, also im Sinne von meiner Grenzen, was für Jobs oder was ist meine Arbeit, was möchte ich machen und was nicht und einfach auch für sich selber diese Grenzen zu begreifen und aufzuzeigen und auch zu kommunizieren und ich glaube, dass, wenn ihr euch jetzt auch so, wenn ihr das Gefühl habt so, ich mache einfach viel zu viel oder ich mache auch Sachen, die ich gar nicht machen sollte, es muss okay sein, das nicht zu machen und auch zu sagen und nicht das Gefühl zu haben, man ist irgendwie schwächer oder man kann Sachen nicht oder Leute haben das Gefühl, du bist nicht in der Lage, sowas zu machen, es ist auch okay, nein zu sagen und es ist auch okay, weniger zu machen als vielleicht jemand anderes, weil man sollte niemanden daran messen, wie viel er macht und was er macht und wie erfolgreich er ist und wie viel Geld er macht und ich glaube, das ist ehrlich gesagt eine Sache, die muss man schon als Kind lernen, dass man nicht getrieben werden sollte oder seine Leute daran aussuchen sollte, wie erfolgreich man ist oder keine Ahnung, wie viel Geld man verdient und da muss ich sagen, das ist wahrscheinlich schon ein Unterschied auch von seinen Blasen und von seinen Leuten, die man mit in der Schule hatte, die man ja nun mal sich auch nicht aussuchen konnte, wo man aber sagen sollte, lasst euch nicht davon verunsichern, also nur weil da jemand sitzt, der schon eine komplette Vorstellung hat von seinen nächsten 15 Jahren, das hat mich nie irritiert, also da muss ich einfach sagen, wenn ich da nicht weiß, ich habe immer gedacht, warum sollte ich jetzt ein Studium anfangen, wenn ich gar nicht sicher war, dass es das ist, von daher kommt ihr vielleicht auch gar nicht in den Konflikt, dass ihr irgendwann da steht und sagt, jetzt habe ich was gemacht, was ich eigentlich gar nicht machen will. Scheut euch nicht davor, den so perfekt scheinenden Weg, den ihr vielleicht ja auch gegangen seid, in Frage zu stellen oder scheut euch nicht davor, das auch zu kommunizieren. Bei mir geht auch nicht alles glatt und ich sitze hier auch nicht und wer weiß, ob ich dann glücklich bin, wenn ich mal diesen Abschluss habe und wenn ich dann im Job bin. Wir wissen alle ja auch nicht, was für uns passiert. Was ich jetzt nur aus Erfahrung sagen kann, mit umso mehr Leuten ich mich diesbezüglich unterhalte, wir müssen alle primär erstmal gucken, wie wir glücklich werden und das hat, ich habe jetzt wenige Beispiele kennengelernt bei denen, dass der Job ist. Damit würde ich sagen, wir beenden die Folge. Wir beenden die Folge und natürlich, wenn ihr jetzt sagt, ich liebe meinen Job und ich mache das aus Leidenschaft, dann belast es dabei. Ihr seid eine Ausnahme. Nein. Also, vielen Dank fürs Zuhören. Willst du noch irgendwas sagen zu unseren Hörern? Nein. Ne? Nein. Okay. Ja, danke. Danke für eure Aufmerksamkeit. Danke für die, wie lange haben wir jetzt? Ach, es geht eigentlich. 37 Minuten. Wir hoffen, ihr habt ein schönes Wochenende. Danke, dass ihr uns so gewogen bleibt. Genießt die Sonne. Wenn ihr aus dem Norden kommt, genießt die Sonne. Und ja, danke für die Apple-Bewertung. Danke, dass ihr uns folgt. Wir wissen es sehr, sehr zu schätzen. Danke an die Techniker. Ich habe doch noch was zu sagen. Go. Wenn jemand kreativ da draußen es so ein bisschen zeichnen kann und das vielleicht sogar digitalisieren kann, dass man es eventuell auf einer Datei, auf ein T-Shirt drucken kann, der soll sich bitte bei uns melden. 220-guide-gmx.de Ein auf. Also, ich suche jemanden. Es hören sowieso nur noch zehn Leute zu. Für ein T-Shirt. Was wir dann auch rausbringen wollen. Hä, du wolltest das doch gar nicht so kommunizieren. Du hast es doch gerade kommuniziert. Okay. Tschüss. Tschüss. Ciao. Wir haben immer noch kein Intro, Outro. Und wir sind raus. Ciao. Dim, dim. Dim, dim, dim. Dim. Das war's. Das war's. Tschüss. Tschüss.